So, die erste Stimme kommt raus, werden wir die Startnummer sehen und hier starke Brustschimmer dabei. Erste Startnummer kommt 222, Sören Ames von den White Sharks. Und hier ein weiterer schneller Einzelstarter. Achtung, die Zuschauer jetzt aufpassen, wer immer an denen durchkommt. Christian Wallmann, die von Morawak ist durchgelaufen. 235. Ja, am besten alle Zuschauer und Betreuer warten, bis alle Läufer durch sind, damit hier keiner stolpert. So sind alle raus. So ist noch einer am 5. Achtung, einer kommt noch. Achtung. Ja, hier kommt noch einer Einzelstarter, wechselt gleich in die Laufschuhe. tem horror. Sag224. Titel von interests точig. So gehen wir die Anfeinderen. Totd wir, dass Disziplin jetzt auf dem Bühne schizionez.